Was ist denn los mit ihm? Jetzt geh nach links, ich muss da durch. Hallo? Du sollst nach da gehen, nach links. Komm schon, ich muss da lang. Oh man. Okay, dreh dich um und geh weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich glaube ich bin weg. Oh, ich glaube ich habe es geschafft. Oh Gott sei Dank. Aber ich höre ihn immer noch, ich gehe lieber weiter. Ich will mich nicht zu lange hier aufhalten. Oh Mann. Er ist wieder direkt hinter mir, ey. Ich glaube es nicht. Schnell, renn, renn, renn. Wunderschön geklettert bist du. Jetzt komm. Alter Schwede. Okay. Okay. Ist ja kein so lieber Artgenosse, war. ich mag ihn nicht. 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 Ich mag ihn nie. Jetzt geht es meinem Bein wieder gut oder wie? Oh shit. Ja, meinem Bein geht es wieder gut. Aber ich glaube, ich habe gerade eh größere Probleme als mein Bein. Äh, da war der Ausgang. Äh, ich muss raus. Ach du Scheiße. Da sage ich nicht nein. Wer ist er? Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich Leslie. 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 Scheiße. Wir können nicht mehr zurück. Ach du Kacke. Alter Schwede. Ist das geil. sew dir deinen Kering. Ja. Ah... Ist das ein Gebäude, was ich... Hä? Was ist das denn? Erdplattenverschiebung oder wie? Wow! Verdammt! Sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Nee, ne? Oh, ich dachte schon. Gut, 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 gut. Fallen, fallen! Hä? Wie? Oh, der Junge kann Hell sehen, wa? Ich hab Kapitel 1 überlebt. Hä? Hab ich jetzt... Hab ich jetzt irgendwie dreimal gespeichert, oder wat? Okay. Äh, egal. Nächstes Kapitel. Abgehen. Vorsicht vor Fallen auf dem Boden. Entschärfe sie, wenn du welche findest. Oh, die werden mich bestimmt so oft umbringen. Ich kenn' ich kenn' mich doch. Wenn das Inventar geöffnet ist, wird die Zeit verlangsamt. Aber nicht angehalten, das ist nicht so toll. Der fängt jetzt jedes Kapitel so an, dass ich ohnmächtig werd' und irgendwo aufwache? Wär natürlich hammerhart. Wo bin ich? Ey, sprich mit mir. Sprich du mit mir? Bitte? Kann mir mal einer sagen, was hier abgeht? Wo sind die anderen? Wo ist Kidman oder Kindman oder wie sie hieß? Die junge, hübsche... What the fuck? Er hatte gerade weder Kopf noch Arme. Was bist du? Geh weg! Was? Ey, bist du mein Fahrer? Da war gerade ne Lebensanzeige. Ich hab ne Lebensanzeige? Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wohnt in... Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Jetzt ist es ne fixe Kamera. Okay, also es ist so ne Mischung aus... Fix und... Ausblenden. Ich habe nicht... Das... Wort benutzt, ja? Ich habe nicht Xbox gesagt. Okay. Käfer. Ich hasse Käfer. Oh, hi. Ja, offensichtlich, ne? Und was machen die Käfer? Okay. Wo sind die Käfer hin? Wo bist du hin? Was ist denn überhaupt los? Eine Klinik. Ach, da bist du. Das Wort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Das ist ja nett. Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Wer sonst, wenn nicht du? Bitte tragen Sie sich ein. Okay. Wenn Sie sich nicht eintragen... Hä? Schon wieder speichern? Okay. Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Hier entlang bitte. Riecht wie Medizin. Ist das so eine Art Hubworld? Muss ich mich setzen? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Ich will dir echt gerne vertrauen, Lady, aber... Ich tue, was du sagst. Du scheinst mir vertrauenswürdig zu sein. Okay, vielleicht auch nicht. Ich habe gerade irgendwas verbessert. Ich habe gerade irgendwas verbessert. Ja. Ich glaube, du wirst verrückt. Oh mein Gott. Hä? Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was... Äh... Traum ist und was nicht. Beziehungsweise Halluzination. Okay, ich lebe noch. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Eine Krücke? Ach, eine Spritze. Die Herkunft des Medikamenten dieser Reisespritze ist unbekannt, aber er stellt etwas Gesundheit wieder her. Okay. Okay. Ah, jetzt habe ich auch ein Inventar. Cool. Ich schätze mal, die Spritze sollte ich gleich nehmen. Ja, okay. Die sind alle irgendwie weg. Haben die mich einfach liegen lassen? Glaube ich ja wohl nicht. Ah, jetzt kann ich auch schlagen. Geil. Ähm... Keiner sonst noch so machen. Erstmal nicht. Ah, Y ist auch schlagen. Okay. Gut zu wissen. Wollen wir mal schauen. Lass uns mal in den... ...einladenden Wald gehen. Greife, Gegner oder Gegenstände mit bloßen Händen. Warum sagst du mir das jetzt? Aha. Warum sagt mir das Spiel das jetzt? Was war das gerade? Irgendwas hat gerade einen Sound gemacht. Moment. Mikrofon läuft noch. Vorherrsaufnahme läuft noch. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen paranoid, ne? Müsst ihr wissen. Tut mir wirklich leid, aber... Oh, Licht. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid, was die Aufnahme angeht. Ich habe keinen Bock, dass er wieder irgendwas in den Arsch geht. Eine Lampe. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt kein Öl suchen für die Scheiße. Wie in Amnesia. Hey! Er jumpt einfach mal ne Klippe runter. Er ist cool. Was macht er da? Hallo? Ey, wen frisst du da, Digga? Carmelie. Oh. Oh. Ist das geil, Alter. Das ist wie beim ersten... Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Ist der schnell! Und er hält mir jetzt einen Schuss im Kopf aus. Und ich hab noch zwei Schüsse. Geil. Boah, warte mal. Kann man die Steuerung irgendwie ändern? Ich finde, das auf Y schlagen ein bisschen behindert. Äh. Äh, ha, 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 ha. Schleichen. Wo ist der Unterschied zwischen hier und hier? Also da sprinten, da ist zielen. Und hier ist sprinten, zielen. Inventar. Aha. Toll. Ich wollte eigentlich was haben, wo Nahkampf nicht auf Y ist. Okay, nehmen wir jetzt Typ A und Typ C. Ich finde das eigentlich ganz geil, dass das Inventar auf Bag ist. Warum nicht einfach beides? Das ist doch doof. Ja, machen wir einfach mal Typ A weiter. Mal gucken, wie sich das noch auswirkt. Ach, ich hab noch, warte mal, hab ich jetzt noch zwei Kugeln oder zwei Magazine? Ich meine, ich meine gut, ein Revolver hat eigentlich kein Magazin, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm. Ja, gut, scheiße, Alter. Moment, ich muss erstmal nochmal kurz gucken. Liegt hier irgendwie was rum? Wenn ich schon merke, dass ein so ein Gegner irgendwie vier oder fünf Schüsse braucht, dann muss ich mir noch ein bisschen mich umgucken. Hier darf ich echt nichts verpassen, ansonsten hab ich echt ein Problem. Äh. Ah. Hä? Ach, die hängt da an meinem Gürtel. Okay, ich hab mich eben schon gewundert, wo ist die Lampe? Okay, ich hab mich schon gewundert, wo ist die Lampe, 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 wo ist